Magisches Schloss Nach der Jogging-Tour ist man so durstig. Barbie, wo bist du? Ja, ich bin jetzt total durstig. Komm, wir schauen, was wir im Kühlschrank haben. Oh, Wasser. Willst du? Irene, Wasser ist so langweilig. Na gut, vielleicht Limonade vielleicht. Limonade hat viel zu viel Zucker, Irene. Oh, Milch vielleicht. Irene, das ist noch nicht laktosefrei. Ach ja, stimmt. Hm, was ist das denn? Oh, das sieht toll aus. Hm, schmeckt seltsam. Erfrischend. Oh, irgendwie fühle ich mich nicht gut. Oh, irgendwie ist mir auch schwindelig. Oh. Was ist denn mit mir passiert? Oh, und mit mir? Oh. 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 Ah. Ah. Ihr seid nicht so gut. Ah, nein. Ah, ich kann mich stehen. Ich auch nicht. Oh. Autsch. Ah. Ah. Wie soll das gehen? Wir brauchen Wasser. Wir müssen dringend in den Pool. Los gehts. Nicht aufgeben. Bitte weg mit! Jetzt sind wir zum Wir brauchen dein Bruder! Wir brauchen uns zum Geben. Die Pirater des Brunnen Die Schmerzen sind ein paar Geben, die Schmerzen sind. Oh 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 Jetzt geht's mir besser Ja Jetzt geht's mir auch besser Momentchen Heißt du, sie bleiben jetzt für immer nix? Ah Uns muss dringend jemand helfen Hilfe 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 Was ist mit uns denn passiert? Steffi Wir haben uns in Nixen verwandelt Ja, mach ich schon Hilfe Genau Siehst du? Ach du meine Güte Wie soll ich euch denn helfen? Internet Wir brauchen Internet Kannst du uns bitte einen Laptop bringen? Klar, sicher Bin gleich wieder zurück Ohne Wasser können wir nicht lange Ich hab den Laptop Ich hab den Laptop Na komm schon Komm schon Komm schon So Wie sollen wir das jetzt eintippen? Ähm In Prinzessinnen verwandeln Nein Nein, das ist es nicht In Hulk verwandeln Äh, das ist es auch nicht Schreibt Zurück verwandeln Aus Meerjungfrauen Aus Meerjungfrauen zurück verwandeln Ich hab's gefunden Aha Zaubertrank Bezeit Zutaten Nummer 1 Goldfisch Eier Ich mach mich auf den Weg Oh Hallo Goldfisch Könntest du uns ein paar Deine Eier geben? Ja, kein Problem Da pippen wir in der Muschel Oh, vielen Dank Hier reden wir hinein Ich hab den Goldfisch aber Oh Wahnsinn Barbie Huh Vielen Dank So, die nächste Zutat Algen Warte auf mich Huch Zweite Zutat Aha Nummer 3 Wärmefasser Schau Na perfekt Nixentränen Wo sollen wir die da kriegen? Äh Wir sind ja selber Nixen Na super Na dann weinen Äh Aber ich will nicht weinen Hm Na gut Wenn du nicht willst Ich wollt dir schon immer mal sagen Irina Du bist hässlich Was? Mh Genau Und fett Fett und hässlich Was hast du gesagt? Mh Genau Und deine Sommersprossen sind eklig Mh 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 Was hast du gesagt? Das war gemein. Irene, das habe ich doch extra gesagt. Komm, du bist hübsch und deine Sommersprache magest du kein. Na gut, Babi. So, wir haben alle Zutaten zusammen. Lasst uns den Zaubertrank machen. Das hier sind Tränen und Meereswasser. Jetzt geben wir die Goldfischeier hinzu. Vorsicht. So, genau. Und jetzt noch die Algen. Und jetzt umrühren. Scheint fertig zu sein. Barbie, probier das selber. Na gut, na gut. Puh. Okay, und jetzt ich. Hurra, meine Beine gefallen mir viel mehr. Na, lass uns noch schwimmen gehen. Na, was haben wir heute gelernt? Nie seltsame Flüssigkeiten trinken. Niemals. Habt ihr euch das gemerkt? Na dann, meine Freunde, man sieht sich. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.